Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Fortnite. Ja Leute, willkommen. Heute ist die neue Rainbow Dropper 2.0 Map dran. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe, aber ich denke mal, da ich mich einen kleinen Ticken verbessert habe, werde ich es locker schaffen. Let's go. Leute, wir sind da. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Level 1. Es gibt 10 Stück. Ja, 10 Stück. Und, ja, ich, oh Gott, schaffe ich überhaupt einen Sprung? Ja, locker, ne? Okay, wir wollen ja nichts berühren, ne? Wir wollen nichts berühren. Wir wollen ganz easy runterkommen. Wir schaffen das schon. Lady, ich habe keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Die geht mir jedes Mal, jedes Mal geht die mir auf den Sack. Ja, warte mal. Das, okay, das ist einfach. Das ist einfach. Das war der zweite Versuch. Easy. So, dann lass uns doch mal den dritten Versuch starten. Wir gehen hier rein. Zack. Ah. Okay, ich habe die zweite Plattform vergessen. So, jetzt aber. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich kann mich auch täuschen, ey. Oh, scheiße. So, jetzt aber. Ja, easy, Mann. Ich habe es doch gesagt, Mann. First Try. Es war so klar. Was ist da jetzt? Okay. Okay, diesmal müssen wir sie nicht neu laden. Wir können jetzt einfach weiter geradeaus gehen. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Kann ich jetzt hier sterben? Oh, no. No, 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 no. Darf ich nach oben? Ah, Dankeschön. Arigato. Dankeschön. Ich habe gedacht, ich muss wieder neu anfangen. Level 2. Okay, ein Checkpoint, den man diesmal nicht sehen kann. Alles klar. Level 2. Was kannst du mir bieten? Ich würde sagen, wir gehen einfach runter, ne? Ha. Das kommt jetzt schon als zweites dran? Ist das ein Witz? Warte mal. Äh, da rein. Ne, hier, runter. Ha. Oh, oh, oh. Habt ihr es gesehen? Dann müssen wir runter. Hier war das, hä? So. So. Okay, und dann zurück und dann irgendwie, alter, was? So, runter. So, jetzt aber. Runter. Dahin. Dahin. Ja. Nein. Oh, shit. Ich glaube, ich werde das nicht nochmal schaffen. Mädchen, hör jetzt auf. Hör jetzt auf, Baby. Ja. Oh, Baby, du hast mein Leben gerettet. Nee, Spaß. Ich hasse sie. Aber, ich hätte einen anderen Skin auswählen sollen. Mann, ich dachte so, ach komm. Der sieht so ähnlich aus wie hier in Naruto und so weiter. Das passt halt so wie in Hokage. Der schafft das, aber. Naja, naja. Okay, Level 3. Easy. Äh, ja. Hä? Wartet mal. Was? Muss ich hier rein? Ah. Easy. Okay, okay. So. Ich wusste es doch. Es funktioniert. Hahaha. Geilo. Okay. Dritten haben wir jetzt auch. Jetzt kommt vierte. Guck mal, wir sind schon bald bei der Hälfte. Geil. Und wir sind keine 15 Minuten drin. Level 4. Was haben wir denn jetzt da? Oh, no. Warte, da gibt es aber auch einen Trick. Vielleicht auch wieder in die Mitte rein? Nein. 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 Hahaha. Aber wenigstens sind die Dinger breiter als das beim ersten Mal, ne? Wir kennen es ja noch. Warte, hier gibt es einen Trick. Darunter. Da. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh nein. Da kommen die schmalen Dinger. Zwei Stück davon. Oder eins. Ich weiß es nicht. Woo. Warum stoßt er seinen Schädel da dran? Lauf doch, Junge. Alter. Ich muss blinzeln. Ich muss blinzeln. Aber ich kann es nicht. Man muss ja sofort die ganze Zeit die Augen aufhalten. Meine Augen, ey. Diesen Putt. Come on, Baby. Come on. Come on, Naruto. Naruto, du schaffst das. Naruto. Come on. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. So, come on. Was hat der Hokage dir beigebracht? Genau. Ich sehe nichts. Los geht's. Ja. Naruto hat es geschafft. Ha. Level 5, Baby. Come on. Hast du vielleicht irgendwas mal drauf, wo ich ausrasten kann oder so? Ich glaube, also bis jetzt war nichts wirklich da. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe es schon gesehen hier. Ui, das ist sehr eng. Ja, ja, das ist sehr eng. Warte, ich glaube, wir müssen schieben. Hier, 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 hier. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe einen Trick hier rausgefunden. So. Wir müssen jetzt hier hin. Da hin. Es ist einfach alles zu bunt, Mann. Hä? Äh, die Farben? Was ist mit den Farben los? Ich glaube, es wird dunkel. Oh, oh, wir müssen uns beeilen. Äh, ich habe es geschafft. Oh. Oh. Ah. Ah. Ich habe es geschafft. Hätte ich nicht eigentlich tot sein sollen? Na, ist egal. Wir haben es geschafft. Nice. Checkpoint erreicht. Level 6. Warte, guck mal. Da ist es doch. Das, da, hä? Hä? Also, also, da hätte ich jetzt gedacht, das wäre ein Ticken schwieriger. Töne noch einmal, bitte. Einmal bitte runter. Diese unsichtbaren Wände. Warum gibt es die überall? Ich fasse es nicht. Warum gibt es die überall? Ich raff das einfach nicht. Ich berühre gar nichts. Und ich habe trotzdem. Okay, da habe ich. Ich habe es berührt. Ich gebe zu. Ich habe es berührt. Aber nicht das von dem Vorhang. Komm, hier scheint es ein Ticken breiter zu sein. Gehen wir mal hier runter. Ja, Mann. Ich wusste es doch. Es muss einfach nur breiter sein. Geil. Jetzt ganz geteilt runter gehen. Und gleich zur nächsten Map. So, Level 7. Jumphead. Wo bist du? Ai, ai, ai. Komm, du da. Ah. Was? Ich wusste gerade nur nicht mal, wo ich hinfliege. Aber es ging gut. Okay, noch einmal. Durch diese Mitte durch. Ah. Ähm. Durch diese Mitte durch. Oh, come on. Warum sterbe ich nicht gleich sofort? Come on. Bär, Baby. Ja. Scheiß drauf. Ich wäre einfach runter durch. Ich. Nö. Nö. Wenn das gleich noch mal passiert. Ich gehe einfach runter. Scheiß drauf. So. Mitte. Lass mich runter, habe ich gesagt. Ja, das ist möglich. Das ist möglich. Sisi. Come on. Ich weiß, das ist der richtige Weg. Glaube ich. Ne, warte mal. Warte. Lass mich da. Lass mich durch. Durchgesagt. Oh, wir haben sie geschafft. Holy shit. Das sage ich dazu. Sisi. Hallo, Nummer 8. Ja, Leute. Ich musste es tun. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Keinen Bock mehr. Was? Schon wieder 60 Minuten. Hey, girl. Ich hatte gerade noch drei Stunden noch was gehabt. Warum ist das so? Scheiße. Eine Stunde habe ich Zeit. Warte mal. Da. Da unten. Man sieht ihn. Man sieht ihn. Da. Oh mein Gott. Oh no. Kannst du nicht als letztes kommen? Ich dachte, ich war unten. Ich dachte, ich war unten. Was soll das denn? Lex in Fortner dürfte es doch gar nicht sein. Jedes Mal dagegen. Jedes Mal. Alter. Habe ich schon mal gesagt, dass du nicht mehr passe? Ja, ne? Ja, ich denke mal schon. Alter, es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer. Aber ich schaffe es trotzdem. Kann mir mal jemand sagen, gegen was ich gegenkomme? Gegenkomme? Denn was bin ich denn gegengekommen? Was bin ich denn gegengekommen? Es kann doch nicht sein, dass überall unsichtbare Scheiß-Böden sind. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Dieses scheiß Drexling. Wir hätten es viel eher geschafft, ne? Aber diese scheiß optische Täuschung. Okay, es muss sich innerhalb von 44 Minuten und 26 Sekunden das Zehntel schaffen. Warte mal. Wir sind erst bei neun? Warte mal. Das ist dunkel. Das ist hell. Oh, scheiße. Das ist hell. Oh mein Gott. Nein. Komm. Ecke. 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 Ja. Easy. Easy. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Mann. Warte. Hier vielleicht? Hier muss es doch auch sein. Ja. Ich brauche den perfekten Schwung. So. Ecke. Ecke. Okay. Ich habe den Trick raus. Wir können einfach nur gerade raus. Runter und dann zack. Ab in die Mitte rein. Runter. Ach, das ist doch lächerlich. Gegen was bist du schon wieder gekommen? Was? Gegen eine unsichtbare Wand? Ja, f*** dich einfach. Ich hab's berührt. Oh Gott. Das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall nicht alleine auf, ey. Ich werde alleine einfach zu wütend, ey. Och Mann. Das macht zu zweit mehr Spaß, weil dann kann man... sich wenigstens über den anderen auch ein bisschen kaputt lachen, ey. Oh Gott. Und so kriege ich komplett die Krise. Alter, da dreh ich komplett durch. Bitte, bitte, bitte. Och Mann, ey. Och. Ach. Ach, come on. Das war perfekt, Junge. Bitte, bitte, bitte. Das war perfekt. Ich würde mich drüber freuen, aber... Jetzt kommt Level 10. Schöne Scheiße. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein. Aber ich glaube, das schaffen wir noch. 15 Minuten haben wir Zeit. Ich schaffe es doch noch. Okay. Wir gehen hier runter. Ja, come on. Easy. 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 Ich habe es geschafft, Mann. Eins verstehe ich nicht. Bei jedem steht immer drei Stunden irgendwas, zwei Stunden irgendwas. Warum? Wenn ich bei irgendwie drei Stunden noch was bin, warum kürze ich es auf 60 Minuten ab? Warum? Alter. Rainbow Dropper 2.0. Henry. Alter, Respekt, Mann. Congratulations on completing. Spectator of your friends. Oh. Ja. Ich habe keine Freunde. Nein, es ist leider schon zu spät. Oh, warte mal. Wir können fliegen? Ach, wie geil wäre das denn? Oh, shit. Ey, das muss ich echt mal in den Livestream machen. Ich glaube, diese Map werden wir nochmal in den Livestream machen. Hundertprozentig. Na, Leute. Wir haben es geschafft. Der neue Hokage hat seinen Chi innebehalten. Wir sind fast nicht ausgerastet. Alles ist gut. Und ja. Somit war es das auf jeden Fall von der weiteren Folge Fortnite. Wenn es euch tatsächlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.